hallo meine lieben leute herzlich willkommen zu einem neuen projekt auf dem raschi kanal ja ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen neuen projekt oder vielleicht auch großen wir werden sehen wie weit das kommt ich habe mir gedacht ja momentan jetzt gerade zeit und habe auch bock momentan ich habe meine kamera ein bisschen umgestellt also jetzt auf jeden fall habe ich jetzt ja ich habe gerade ein bisschen umgestellt meine kamera ist immer wieder runter getötet ihr habt ja bei dem einen oder anderen video mal gesehen deswegen habe ich mal mein bildschirm ein bisschen nach links geschoben und nicht nach rechts geschoben und ja auf jeden fall kommen wir zum thema bevor es nächste woche dann nächstes wochenende richtig los geht mit dem kanal mit fifa 18 mit ww2k18 habe ich mir gedacht dass wir so im zwischendrin mit live on the reels heute um 14 uhr kam ein paar oder gestern wenn ich auch immer jetzt dieses video rausbringe vielleicht bringe ich es heute abend noch wenn ich es jetzt hier aufnehmen oder erst morgen dann ich denke erst morgen und ja habe mir gedacht sims spielen die sims 3 und zwar nur die sims 3 momentan weil ich gedacht habe ich wollte einfach mal erst mal schauen wie so eure meinung dazu ist dass ich sims spiele vielleicht ist aber erst mal cool erst mal das 3 zu spielen dann machen wir irgendwann das 4 oder vielleicht auch das 2 oder wir schauen einfach mal wie sich das alles ergibt ich habe bock drauf ich habe es mir auf jeden fall mal vor einiger zeit mal geholt und habe es mal privat einigermaßen öfters mal gespielt und habe mir gedacht warum soll man es nicht mal hier zusammen spielen ich habe bock drauf ich hoffe ihr habt auch bock drauf und deswegen würde ich sagen tauchen wir doch mal ins spiel ein ja ich hoffe dass vom sound und so alles okay ist soweit das spiel ist sehr laut bei mir obwohl ich es eingestellt habe aber wackeln wir nicht lange rum und zwar spielen wir sind wir in normalen stadt oder spring sport ich habe mir momentan ein weiteres pack geholt und zwar das gott wir heißen das jetzt ich glaube es war flirt paradies oder so und habe ich mir dazu geholt wenn ihr jetzt sagt okay ich soll noch weitere packs dazu kein problem mache ich dann gerne dann schauen wir was es in den einzelnen gibt aber ich würde sagen wir gehen jetzt erst mal in die schöne stadt von sind nein ohne anmeldung fortfahren ja da gibt es vieles es gibt sims 3 abenteuer es gibt sims 3 vier jahreszeiten tierwelt und so weiter und so fort also dass die sims welt kann man sich übelst groß erweitern und genau ja ich hoffe ihr bock drauf ich habe auf jeden fall richtig richtig bock drauf auf jeden fall könnt ihr mich gerne unterstützen mit einer bewertung mit einem like nach oben mit einem kommentar können wir auch gerne tipps in die kommentare schreiben wie oder was ich bauen soll oder was für ein beruf oder sonst was machen soll weil wir erstellen uns heute mal selber schau mal wo wir hin ziehen und werden unsere einrichtung da auch mal ein bisschen einrichten heute mal und dann wie das dann weiter geben mit dem sims was ich vor habe mit ihm das werden wir dann sehen ob es ein richtiger liebes gott wird ob das ein extrem schlauer typ wird ein familien mensch und wir werden schauen was mit akashi passiert und hier auf dem akashi kanal natürlich so finde folgende wut schmerz angst aggression von geheime baue ist das hier schon zu spät ja hier können wir uns alles erstellen hier können wir den sims erstellen und ich würde sagen das machen wir doch gleich mal es lädt und lädt und lädt ich will nicht dass das lädt wenn es lädt dann kann ich nicht spielen und es dauern die welt jetzt wir sind männlich so und zwar nehmen wir unseren die nennen wir mal storm und dann nehmen wir als zweites mal gameplay wie mein alterskanal gameplay storm ihr wisst ja wissen zwar auf dem akashi kanal aber ich werde immer noch ich würde sagen ich bin ein relativ helles heute aussehen bin ein bisschen korpulenter aber das kann man ja noch alles mit ein bisschen sport machen habe ordentlich ein paar muskeln muskeln anpassungen würde ich sagen so mal muskeln habe ich ein paar aber auch kein six pack sondern ein beer pack und deswegen würde ich sagen ist das denke ich so mal in ordnung ich habe damit auch kein problem zu sagen dass ich kräftiger bin sollte niemand sein damit ein problem haben so jetzt muss ich mal überlegen was für haare bin ich habe immer ja ein bisschen unterschiedlich aber ich würde sagen am besten das hier ja sowas habe ich meistens nicht so ganz kurz habe ich eher nicht aber sowas glaube ich dass das trifft sich ganz gut hier glaube ich ich würde sagen wir nehmen das hier oder das ist so ein bisschen blond braun sowas in der richtung ich würde sagen wir nehmen das hier oder das ist so ein bisschen blond braun sowas in der richtung eigentlich die augenbraun passen sogar ziemlich gut wenn man so sieht ich habe ziemlich buschige augenbraun ne das ist so extrem eigentlich das von gerade eben ganz gut ist das wirklich so extrem ne ich habe schon kleine zug da drin sowas in das sieht ganz gut aus mit dieser wellung da drin habe ich einen leichten bad ja ich habe immer so ein bad und hier leicht so was in dem fall er sieht man ja hier jetzt zwar nicht so rund ich habe auch hier noch ein bisschen aber sonst bitte eigentlich sowas eher passen sowas sowas wäre auch noch vielleicht drin wie sieht sowas aus ja nehmen wir einfach mal so einen meisen drei tage bad und natürlich auch in die farbe wo wir hier haben so das ist doch ein nicer dude brust behaart bin ich ehrlich gesagt nicht ich bin ziemlich mager behaart hier an der armen so ein bisschen ja ist halt ja wie es jeder eigentlich hat so ein bisschen und beim behaar weiß nicht eh eigentlich noch ne also machen wir einen nicen dude so ein bisschen hier nur so die arme behaart so ein mann mäßig richtig mann jetzt kommen wir zum gesicht ich habe ein ziemlich rundes gesicht würde ich sogar sagen und so eher in sowas ich glaube das ist ziemlich gut raus geschnitten sogar oder das hier ich gucke auch immer wieder bei mir selbst in die face kann man weiß ja wie man aussieht aber so von der gesichtsdinge ne ich habe doch wirklich so so ich habe eher kleine augen japaner augen sagen meine freundin mal und so richtig so müde augen sowas jetzt hätte ich gekifft ich wurde auch schon oft in meinem leben gefragt ob ich kiffen tue ich weiß zwar nicht wie die menschen mal darauf kommen aber ich würde sagen dass sowas in der richtung passt ich versuche es halt wirklich jetzt auf mich anzupassen sondern wirklich wie gesagt ich habe jetzt auch nicht so dick gebacken wie der jetzt gerade aber das kann man ja nochmal ein bisschen ändern ein bisschen dünner vielleicht man so jetzt sind nicht wirklich viel gemacht aber ich glaube von den augen her passt das ganz gut freunde ich wollte noch die nase ändern hallo die nase man was habe ich denn für eine nase freunde die passt glaube ich so ziemlich sogar gut schon eigentlich sogar die oder ja die passt da nicht ziemlich gut zu ließen weil ich habe so eine stubs nase süße oder sogar die ja die ist doch perfekt auf mich angeschnitten freunde 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 ich habe dicke lippen so gut ist da und wir gleich mal rum knutschen hier ein bisschen zu klein eigentlich das hier oder ne das hier das hier ja ein bisschen make up noch so für den guten storm so ein bisschen Gliedschatten so einen blauen strich vielleicht so wird mir glaube ich geil stehen sondern so noch mal so ein bisschen mascara glaube ich und hier ein bisschen und oh oh freunde ja lippenstift oh oh mein gott alles ist geil oder so oder so oder vielleicht ein bisschen oh ja Schwuckele kleine Schwuckele ist das oder sowas da stehen doch die ladies drauf oder bin ich so ein kleiner puma es hat alles so ein bisschen ja so kleine sternchen bin ich vielleicht auch aber ne freunde ne 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 wir haben alles das nicht wir sind ein richtiger mann deswegen wollen wir es ja nicht übertreiben auch wenn sie hallo hallo ich will das weg haben bist du verrückt war das hier woanders jetzt hallo der der ah das ist von der schminke da ach ich dachte grad schon ich krieg das nicht mal weg scheiße mann ähm Tattoo hab ich aber da passt keins obwohl machen wir eins auf dem oberarm weil auf dem oberarm hab ich auch eins dann nehmen wir einfach hier das hier ja ich habe eins auf dem oberarm ah hier muss ich dann weg machen so aber das sieht man gar nicht richtig ne deckungskraft bisschen größer wir mal so über die schulter wir mal so das ist ziemlich scheiße vom aussehen her ja für wenn ich es um so kleiner ich mache es nicht um so kleiner ist es um so dümmer sieht es aus aber weiß auch nicht warum ne ist ja vorhin wenn das dann so kack aussieht dann machen wir einfach keins hin oder so jetzt kommen wir zum wichtigsten einer der wichtigsten sachen wirklich sagen zu der kleidung ich bin eigentlich eher so ein gemütlicher tipp der eher mal ein kaputzen pulli an hat im winter also so mehrmals sowas in der richtung hemde habe ich auch ab und zu mal an aber da muss ich immer bock drauf haben das ist immer bei mir abhängig so eine college jacke hatte ich zeitlang auch mal so eine trainingsjacke ja aber das ist nicht das was ich suche ich suche was für kippies und mit kappen und mützen und ah und geil und key und yes hm sowas hier nicht die leute bin ich blind oder so ja ich bin voll der krawatten heini gibt es denn hier irgendwas sowas in der richtung es gibt halt echt noch nicht viel weil ich halt auch nicht nicht viel gemacht also noch nicht viel geholt habe und Erweiterungspacks deswegen jetzt haben wir mir einfach so ein normales t shirt anziehen hier oder ne ich würde sagen wir ziehen ihm einfach so ein nices da habe ich sowas gesehen so eine college jacke an einfach die grüne ne grüne hatte ich sogar mal deswegen passt das ganz gut so ich bin eher so der lässige jogginghose typ aber ich glaube das wird nicht so geil hier aussehen naja das sieht doch geil aus ohja ich hoffe das passe ich auf jeden fall rein ne wirklich in sowas dann eher so sowas nices hier in weiß oder blau blau ich weiß nicht dieses grün ist halt schon so eine sache für sich vom farblichen her ja ich bin momentan auch so auf dem weiß trip deswegen das haben wir einfach das oberste eine andere farbe macht ich weiß es nicht leute ich weiß es nicht ne so ein poli oder so ein poli oder so ein poli ne so habe ich eher weniger dann eher sowas ich bin auch eher das so der dunklere typ von der hose das sieht jetzt eigentlich ganz cool aus von der hose ne ja schuhe habe ich mir so weiß geholt sowas wie nikes da gucke ich mal was es sowas gibt sowas habe ich nicht aber ich habe eher entweder sowas 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 halt in weiß oder so ne mit die dann passt das einfach farblich viel geiler so eine brille habe ich nicht sollte ich eine eigentlich haben aber ohrring auch nett am kettchen auch nett hatte ich früher immer oft an ketten gezirnet meine kette trage ich ja nicht immer so ja dann nimmt der kleine store langsam formen an jo nice so wie gesagt ich bin überhaupt kein schlipsträger auch wenn ich irgendwie wo weg bin oder so eher ein blazerträger deswegen nehmen wir einen von dem oberen hier das kann sogar passen das hatte ich sogar mal auch ein schwarzer und ein hemd unten drunter und dazu dann ne nice schwarze jeans einfach sowas in der richtung und man wird es mir nicht glauben aber solche schuhe habe ich hier auch habe ich zwar vielleicht in meinem leben nur einmal getragen aber ok ich suche immer noch die traumfrau die mich in jogging große basecap und heiraten würde also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst kannst du dich ja gerne bei mir melden unter der nummer die ich jetzt da unten einfügen wird werde ich bestimmt nicht tun aber melde dich trotzdem ja denkst du ist auch ok ich lass mich da es gibt leute die lassen sich da echt stunden zeit und so bin ich nett ich bin einer der gleich mal ins spiel will ja wie schlafe ich denn das geht euch eigentlich gar nicht an wie ich schlafe aber ja nehmen wir das t-shirt hier und boxershorts ich bin eher der Karotyp ja eher der Karotyp genau ja noch so kleine ja das habe ich auch ich habe so Pikachu Hausschuhe habe ich immer an ja eh Spaß so Bett ist auch fertig zum trainieren zum trainieren habe ich nehmen wir doch auch nehmen wir einfach hier ist sowas Muskelshirts sowas sowas ist eher meins eine kurze Hose die dazu passt vielleicht die hier und die Schuhe lassen wir einfach dazu auch deswegen passt schon passt schon Badebekleidung oh Gott baden baden gehe ich nie aber dafür dass er dick ist hat er ein eisen Sixpack hätte ich auch gern aber ok ähm passt so kommen wir zum wichtigsten zur Persönlichkeit und zwar bin ich ein Computerfreak auf jeden Fall was bin ich noch ähm ehrgeizig bin ich nicht ein familienbewusster Mensch bin ich familienbewusst hier freundlich bin ich auf jeden Fall wird mir immer auch gesagt genügsam ne Glückspilz grüner Daumen gut ja ein guter Sieben bin ich auch ein guter Mensch bin ich auch ein romantischer Neier ein kreativer Mensch bin ich noch künstlerisch ja ich glaube das ist eine gute Mischung aus mir ein Computer und familienbewusstsein freundlicher gut und künstlerischer Mensch ich glaube das ist das klingt ganz gut ähm vom Dings her was nehmen wir denn Nachrichtensprecher Familienfreund internationaler Spitzenspiel weltweiter anerkannter Chirurg hm was sollen wir denn werden Freunde sollen wir ein Spitzenspion werden ein Nachrichtensprecher ein eigentlich wollte ich Hart 4 machen scheiße das gibt es hier nicht der Bestseller der Bestseller der Bastler der Imperator des Bösen der perfekte Garten wisst ihr was Freunde ich werde ich werde Schauspieler Schauspieler Nein Rockstar ich werde Meister Künstler ja das ist mein Beruf ich werde der beste Künstler aller Zeiten meine Freunde und so ist es so wird es sein und so ist es auch Freunde ja man kann das glaube ich auch immer wieder ändern und ich bin Solo lebe allein momentan so Gameplay passt und wir haben uns auch erstellt meine lieben Freunde und haben jetzt doch ganz schön dafür lange gebraucht ich würde sagen wir suchen uns jetzt einfach noch einen Haushalt 16.500 James Dollar haben wir wie man sieht und jetzt können wir auch darin einziehen 12.000 mit Mobility dann haben wir noch 4.000 16.000 also das ist momentan Nummer 1 selbst bauen will ich gerade noch nicht das würde ich gerne später machen weil ich würde mich gerne den Sims richtig aufbauen man da hat sich schon wieder irgendwas dass ich da eine Treppe kann gibt es hier nur ein Haus oder wie oder nur diese vier fünf Häuser wo man einziehen kann da oben ist nichts na dann würde ich doch sagen ziehen wir das Haus ein erstmal wo man am wenigsten dafür zahlen muss und freuen uns auf unsere neuen Nachbarn Immobiliert das soll ich sein kaufen und wir haben schon mal den nächsten Schritt gemacht für unsere Zukunft meine lieben Freunde und wir werden jetzt unser Haus erstmal jetzt mal betrachten wie es aussieht im nächsten Part habe ich dann auch vor es ein bisschen umzugestalten und ach mein Arm hat gejuckt scheiche ne das muss ich noch ein bisschen einstellen mit der Maus sieht doch ganz ein oh 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 was habe ich denn da gemacht scheiße 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 hier kann ich über ein Bild machen ja stell dich doch mal hier hin wie komme ich da heute raus ach danke dankeschön ok ich lese mir erstmal durch das ist eigentlich nicht so typisch ich lesen aber ich sag doch mal unser erstes Ding sieht doch ganz schnuckelig aus so eine kleine Küche passt würde auch passen hier aber es sieht doch ganz gut aus ich werde das eine oder andere Nummer umbauen hier überhaupt kein Fernseher das ist auch untypisch für mich und auch kein PC da muss unbedingt ein PC hin ich würde sagen dass wir den PC auch hier hin bauen weil daneben ist auch mein Bett und so und dann im Wohnzimmer noch so eine kleine Fernsehecke mit einer Konsole und so und dann würde ich sagen Freunde wenn euch dieses Projekt gefallen hat dann lasst doch gerne einen Kommentar, eine Bewertung da und dann würde ich mich freuen wenn ihr dann wieder beim nächsten Mal einschaltet ich wünsche euch noch einen schönen Tag seid fleißig und dann freue ich mich wenn es wieder heißt wenn wir wie ein Sturm durch jedes Projekt hier durchlaufen und ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag eine gute Nacht einen guten Morgen wann ihr auch immer wieder dieses Video euch anschaut haut rein ich bin der Heustort und tschüss